ja hallo freunde schön dass ihr wieder da seid hier ist die nils und weiter geht es mit informationen zu minecraft dungeons minecraft dungeons wird rauskommen jetzt ist es endlich sicher wir haben die information bekommen gehen wir gleich mal in die infos rein wir haben ja auf twitter das ist ein informationsdienst überwiegend für leute aus dem bereich presse oder gaming und hier hat minecraft dungeons eben auch ein konto und die haben am 31 märz folgende nachricht rausgebracht minecraft dungeons wird am 26.05.2020 für die nintendo switch für die playstation 4 für windows 10 windows 7 geht glaube ich auch noch 7 8 und was soll da noch alles dazwischen ist für die xbox one und xbox games pass rauskommen damit ist es fest am 26.05 wird hier im jahre 2020 minecraft dungeons rauskommen aufgrund der aktuellen lage kann es natürlich sein dass sich das noch mal verschiebt aber ich glaube wenn es schon am 26.05 angesagt haben wird es wahrscheinlich auch erscheinen die beta läuft ja schon einige wenige spieler haben ja schon den beta zugang ich habe noch nicht sobald ich ihn habe werde ich auch spielen aber zum jetzigen zeitpunkt habe ich ihn noch nicht also wir wissen jetzt am 26.05 2020 wird das ganze rauskommen ich will mir ich werde mir für windows 10 hier natürlich dann auch entsprechend die ja den zugangscode mir kaufen wenn wir auf minecraft punkt net gehen dann können wir hier auf minecraft dungeons gehen und dann haben wir hier zum beispiel bis jetzt keine weiteren infos ich musste dann selber erstmal suchen hier gibt es nichts gar keine informationen nur der kleine button hier oben jetzt vorab bestellen der ist neu hinzugekommen wenn man da mal drauf geht dann kann man sich jetzt ja raussuchen oder kann man auswählen ob man für windows minecraft dungeon spielen will für die xbox one für die ps4 oder für nintendo switch da ich keine nintendo switch habe werde ich das auch nicht spielen ich werde es auf windows spielen wenn man da weiter drauf klickt dann kommen wir hier zu einem weiteren auswahl menü wer windows 10 hat für sind die zwei felder hier interessant wer noch nicht windows 10 hat sondern windows 7 oder höher also windows 7 windows 8 der kann natürlich dann hier reingehen und wir haben hier einmal das grundspiel das kostet 19 euro 98 oder 19 99 und wer die erweiterte fassung haben will das ist einmal das grundspiel hier dann kriegt man noch einen helden umhang für den entsprechenden helden man hat zwei zusätzliche spieler skins was immer das sein soll und man hat ein kleines süßes pad ein haushuhn und zusätzlich hat man sozusagen zugang zu den nächsten zwei dlcs die rauskommen werden die sind noch nicht da aber die werden kommen und wenn man also hier sozusagen 10 euro mehr bezahlt dann hat man hier diese dlcs automatisch schon mit dabei wer sagt nee ich will jetzt erstmal nur das grundspiel spielen der kann natürlich diese dlc später auch nachkaufen das ist ganz klar das ist ganz individuell jeder so wie es haben will wenn man jetzt zum beispiel hier sagt okay ich gehe jetzt mal hier auf die windows 10 hero edition diese erweiterte edition dann kann man hier auf vorbestellen gehen und dann sieht man auch den preis 29 euro 99 und das ganze ist offiziell ab 12 microsoft studios der herausgeber action und adventure steht hier dann trotzdem hier xbox live weiß jetzt nicht was das bedeutet in diesem paket vorbestellen minecraft dungeons inklusive mit gamepass da haben wir eben hier pc einzelspieler kämpfe dich durch ein brandneues action spiel das vom klassischen dungeon crawler inspiriert wurde und im minecraft universum spielt wage dich allein in den dungeon oder verbündete ich mit deinen freunden bis zu vier spieler können sich gemeinsam durch action reiche mit schätzen gefüllte und abwechslungsreiche levels kämpfen und das alles in einem epischen abenteuer um die dorfbewohner zu retten und den bösen erzlager zu bezwingen entdecke jede menge neue mächtiger waffen gegenstände die dir helfen werden die horden neuer und fieser kreaturen zu bezwingen kämpfe tapfer und flüchte durch kenyons sümpfe und natürlich durch minen jeder abenteurer der mutig und neif genug ist sich diesen block tastischen und wunderschönen welt zu stellen sollte besser gut vorbereitet erscheinen also schnell zu den waffen die hero edition enthält das helden cape also ja kosmetik halten zusätzlichen cape zwei skins bekleider hohen außerdem sind zwei dlc enthalten die aber die ab ihrer veröffentlicht verfügbar sein werden das heißt die dlc pakete die sind noch die sind zwar dabei aber die sind noch nicht veröffentlicht die kommen irgendwann mal raus und wenn sie raus sind dann habt ihr sofort den zugriff drauf guck mal was hier noch kommt dungeon creeper kämpfen mehr spieler bis zu vier spieler gegenstände waffen verzaubern gestaltet einen charakter individuell war nicht ihr dann im nahkampf in fernkampf gepanzert und schild dann den weg jawohl hier noch wichtig 26.5 wird also hier bestätigt und die größe das ist auch immer ganz wichtig das ist hier 16,5 megabyte das geht von der größe her geht das schon noch installation auf einem windows 10 pc und zugriff bei bestehender verbindung mit ihrem microsoft konto das ist also immer mit diesem konto hier mit dem microsoft konto zwangs verbunden die installation muss vom administrator genehmigt werden weiß ich jetzt nicht was das bedeuten soll welcher administrator ist hier gemeint ich habe keinen administrator unterstützte sprache steht hier englisch das kann ich mir nicht vorstellen dass das nicht auf deutsch ist und ja muss man dann einfach mal gucken wie es weiter geht ansonsten können wir ja noch mal zurück das ist jetzt hier eine vorbestellung was passiert hier aha in den wahrenkorb ok hier kann man anscheinend ein code eingeben jetzt gehen wir mal zurück und machen mal nur das grundspiel 19,99 euro also auch hier seht ihr alles cool wahrscheinlich sind es hier mindest voraussetzung für betriebssystem ist windows 10 mein 2019 update ja gucken wir mal weiter da hat sich ja nichts geändert wir können mal auch 16,5 mb ist auch die gleiche größe und jetzt gehen wir hier nochmal rein was passiert bei windows 7 und höher standard edition 20 euro aha da haben jetzt eine andere seite preorder also eine vorbestellung ach da kann man es dann so machen da gibt es hier einmal die standard version und einmal die hero version wenn du sie minus 8 windows 10 mancraft standard edition hero cape zwei spiele skins ein kleines süßes hühnchen als pad und zwei dlcs die später noch erscheinen werden auch hier cool man kann das ganze auch auf amazon kaufen ja also wer aus welchen gründen vielleicht habt ihr auf amazon noch einen gutschein können natürlich auch auf amazon kaufen da geht ihr halt auf amazon.de gibt hier minecraft dungeons ein und dann habt ihr hier einmal die minecraft dungeons das ist für die xbox das ist für den pc wir können hier mal reingehen dann habt ihr eigentlich die gleichen informationen einmal windows 10 pc download code oder den xbox download code und dann könnt ihr hier noch entscheiden ist es hier der ja die hero edition oder die standard edition und ich denke mal ich gehe mal auf standard in den warenkorb jetzt ist natürlich dann die frage wann bekomme ich denn dann meinen code dieses produkt kann nicht zurückgesandt werden und ist nicht erstattbar ja das ist natürlich doof bei steam kann ich mir ja das wenigstens angucken zwei stunden spielen innerhalb von 14 tagen zurückgegeben das ist hier nicht der fall ich weiß nicht ob es auf steam irgendwie erhältlich ist ich glaube es aber eher nicht aber lassen wir uns überraschen wenn das bekannt ist mache ich hier nochmal ein video ja ich denke das war es jetzt erstmal denke mal hier wird es dann einfach entsprechend am 26.05 losgehen lassen wir uns einfach überraschen wenn euch das video gefallen hat gibt mir einen daumen nach oben abonniert unseren kanal und wir sehen uns beim nächsten video euer nils tschau